Luftüberlegenheit Seidenstraße Meinst du das ist Heli oder gibt es nur die eine Heli-Map? Weiß ich nicht, weil das ist ja eher eine, also vom Prinzip würde ich eher sagen eine Jet-Map, aber ich weiß es nicht, bin die noch nie Ja, ist eine Jet-Map Das heißt es gibt nur eine Heli-Karte Ja, den Guilin-Gipfel oder wie er heißt Hier gibt es mal eine fetten Kanone Die hört sich schon leicht böse an Wenn ich mal gleich einfach spawnen und instant wieder gelockt werde Ich habe mal anstatt Kreisel-Gurzel-Führung reingemacht Das habe ich glaube ich auch Ja Was? Instant tot? Bist du mich reingeflogen? Was? Ich bin im Kampf gefallen, ja Ich bin, ich bin auch tot Irgendwann bin ich reingeflogen Ja, super Bist du nämlich reingeflogen? Ja wahrscheinlich Ja, also Ja, ich flieg in Cockpitsicht Ich flieg nicht hin Ja, ich flieg außen hin zu dem jemanden, aber dann wechsel ich in Cockpitsicht Alter, komm schon! Zieh rum! Alter, was! Alter Das ist die Charlie-Kurse gerade neutralisierter Was? Ich habe überhaupt keine Übersicht mehr Ich habe gerade nur noch 25 HP Ja und schon wieder tot Alter, was ist jetzt los? Warum bin ich jetzt so schlecht? Ich war gerade so gut. In der Natur der Sache, du kannst nicht zweimal so gut sein. Oh, du hast einen hinter dir. Ich versuche ihn. Alter, der... Ich bin da so ein bisschen, wenn du mich getroffen wirst, dann wirst du einfach nicht um den Boden fliegst und nicht so ganz. Ah, was? Die Karte ist dumm, du hast keine Erdeckung, du hast auch von Bergen oder sowas. Ja. Das pure Gemetzel. Los, kommt schon, Locki. Alter, ich habe doch Flares benutzt. Was soll das denn? Jetzt bin ich schon wieder im Kampf gefallen. Das, ey. Ja, und wieder fliegt einer in mich rein. Volle Lotte. Diesmal war ich's nicht. Ich war diesmal eher tot als du. Was ist denn das? In mich ist noch nie reingeflogen. Das war auch... Eigentlich hatte ich mein Killen, ja? Was ist da los? Da ist einer. Boah! Alter, jetzt ist schon wieder fast irgendwie in mich reingeflogen. Das ist schon zweimal passiert. Da bin ich in das Bracken crasht. Oh, kein Schammer. Das gibt's doch nicht. Ich krieg den nicht kaputt. Ah, das gibt's doch nicht. Warum werde ich denn jetzt angehittet, wenn ich den gerade kille? Oh, toll. Schon wieder tot. Oh, Mann. Die Runde ist ja erbärmlich. Ja. Aber die Map finde ich auch nicht so cool. Ich fand die Maps, wo du wenigstens ein bisschen Deckung holen kannst, fand ich cooler. Aua, was wird mich denn? Hättet mich! Wir gehen mal nur im Kreis gerade. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich werde immer genau dann gekillt, wenn ich gerade einen anderen killen will. Mach ihn weg. Mach ihn weg. Looping. Ah. Puh. Was ist denn? Ah. Ich hab's irgendwie überlebt, aber wahrscheinlich nicht lange. Ja, klar. War ja so... Was ist denn hier los? Ich kann gerade nicht joinen. Es sind keine Jets mehr da. Wieso habe ich keine Muni mehr? Ja, das war auch mein Kill. Ich hab die meisten damage gemacht. Also Biff. Boah, Alter. Warum ruckelt das? Tut's euch jetzt so? Ja, ich hatte das eben auch. Das ist ja noch der Nächste. Wow! Active Radar! Uah! Ich drehe mich, dann muss ich machen. Mayday! Mayday! Wir stützen ab! Alter, du hast zwei Leute hinter dir. Ja, und alle schießen mit Raketen auf. Ich wollte jetzt sechs und fünf Raketen getroffen. Da ist irgendwas nicht in Ordnung, ey. Ich versuch dir gerade welche vom Hals zu holen. Wir haben einsatzte Charlie auf. Wir haben einsatzte Charlie auf. Ja, es gibt's doch nicht. Warum krieg ich die nie? Jetzt aber hier. Vielleicht krieg ich die nie kaputt? Die Map ist auch nicht kackt. Getroffen 84, ey. Meiner, meiner, meiner. Ah, nein. Jetzt bin ich wieder selber gehittet worden. Komm, zieh hoch! Voll, jetzt bin ich in den Boden gekracht, ey. Ich dachte eben auch. Wow, ich bin drei Meter über Boden und bin nicht tot. Scheiß Active Radar. Wenn du die hast, ne, du musst einfach nur die abschießen. Die treffen sich schon irgendwie. Wow! Ja. Bis zu, Don. Was ist das, was ich mache? Versuche, die Treppe gehen. Alter! Ja, der hat sich gerade selbst versiegt im Boden. Wir haben gerade die Kontrolle. Über einsatzte Züge. Oh, kommt aus. Ich finde es schon sehr fragwürdig, dass du einfach nicht steuern kannst, wenn du getroffen wirst. Und ich finde es auch sehr fragwürdig mit den, sowieso mit den Active Radar Raketen. Ja, ich finde das auch ein bisschen sehr krass, dass du halt einfach gar nicht mehr lenken kannst, wenn du getroffen wurdest. Was? Man sollte, man sollte, man sollte eigentlich, hier locken. Das ist auch, im Prinzip, eine viel bessere Sache. Was machst du denn da? Komm zurück! Weil, ich denke, dann musst du einfach nur noch kriegen mit der MG schießen. Das ist auch, im Prinzip, eine viel bessere Sache. Ja, ich habe noch einen Kill gemacht. Ich muss gerade versuchen, nicht zu sterben. Das schaffe ich gerade da am laufenden Band. Eins, sieben, ey. Ist eh zu Ende. Ja, ich schätze ihn noch ab. Wenn du irgendeinen siehst, der sich mitten dreht, der sich dreht... Nö, tu ich ne. Schade. Ich habe mich nämlich so gedreht und nicht mehr lenken. Okay, Jet ist scheiße. Ja, Jet, also ich finde die mit Hubschrauber, finde ich doch deutlich... Ja, genau. Die Bergkarte war cool, aber du konntest halt auch mal hinter einem Berg fliegen und nicht immer wirst du gesehen. Ja, genau. Oh, komm, lass raus hier. Quitsch. Ben. Enter.